Ziemlich charmant. Immer noch kein Hosenfrieden? Ja, bei deinem Anblick ist Frieden unmöglich, Kirsten. Relativ brillant. Taub jetzt! Nicht ohne meine Solarzelle. Absolut genial. 14 Leichenteile. Und schon drei linke Hände, also mindestens drei verschiedene Opfer. Er ist wieder da. Wow. Thumback ist einsteigen. Er hat immer das letzte Wort, oder? Immer. Fast immer. Die neuen Folgen. Ab 13. Februar um 20.15 Uhr. In Sat.1.